Ja! Ich ähm... Das ist mir ein bisschen zu laut. Ich kann sowieso nichts machen. Bei mir ist Spielpause. Okay, Sound, Musik. Stell mal ein bisschen runter. Soundeffekte, ja. Sprache könnte etwas lauter sein. Ja. Okay. Das war's. Moment, 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 Moment. Okay, weiter geht's. Moment, ey. Warte mal. Nee, lass das sein, komm mit. Oh, der hat ein Messer, Nick, pass auf. Ja, wir kriegen Messer. Messer sind geil. Oh, Entschuldigung. Warum schlag ich es nicht ganz? Okay, Nick, komm mit. Oh, Nick. Der schlägt wie eine Frau. Nick, Schatz, komm. Das ist ja wie real life. Renn doch, du fitte Schwanz, ey. Guck mal, der kann schon nicht mehr. Ja. Und da halt von unserer erste Mission. Ja. Und ja, wir sind zwei krasse Gangsters, ja. Die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Oh, doch. Da ist schon ne heftige Verfolgungsjagd da hinten. Kann ja gar nicht fahren. Okay, was müssen wir eh drücken? Ja eh. Okay. Okay, jetzt mach. Ich kaufe bei Sloppy Seconds ein paar Kleidungsstücke. Wieso? Die sind doch geil hier. Ich glaub, keine Autos bei den Cops, ne? Verstehst du nur warum, ne? Ja, das geht ja auch so. Irgendwie starben voll low. Will zu fahren oder ich? Ich will mal fahren. Ich kenn das noch gar nicht. Erstmal müssen wir... Nein, nein. Das nehmen wir nicht. Doch, bitte. Das ist doch voll geil. Das haben doch die Bappis immer. Oh my god. Ja. Oh ja. Blöde Auto, ey. Ja komm, klau ihn. Klau, 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 klau. Steige ein. Ich kann mal umschalten. Die umschalten. Radio. Äh. Äh, pff. Ähm. Mach, mach, guck unter Optionen, unter Audio. Da steht da, ähm. Radio immer oder, äh, niemals. Oder manuell oder so, keine Ahnung. Kann ich ausschalten? Ja. Nö, kann man gar nicht. Option. Option, Audio. Fahrzeuge einschalten. Ups. Moment. Nur bei Einführung, nur manuell. Gut. Alter, wie fährst du, Mann? Was? Guck doch mal den GPS. Ich weiß doch, wo ich hin muss, hier. Da. Du fährst ja voll scheiße. Nö, nö. Nö, nö. Frisch. Let's play beendet. Nö, let's play. Lass mich. Oh, du fette Sau. Komm, schick. Mach dich stylish, Nick. Okay, was soll ich nehmen? Ey, du fette Sau. Etwas versperrt deinen Weg. Ey, Alter, der greift mich an, Nick. Warum? Hau ab, Mann. Ja, toll. Jetzt habe ich keine Kleidung gekauft, aber ich möchte Kleidung kaufen. Oh, fisch dich, du scheiß Huhnsohn, Mann. Ich suche das nicht. Ja, weil dieser Huhnsohn stört, Mann. Noch einmal raus. Noch einmal raus und rein. Oh, jetzt habe ich was genommen. Quint wasting my time, bitch. Okay, noch einmal raus. Ja, toll, jetzt können wir keine Kleidung mehr kaufen. Komm mal mit, wir fahren ein bisschen weit weg. Ja, okay. Komm mal mit, wir fahren ein bisschen weit weg. Komm mal mit, wir fahren hier hin. Okay, komm mal mit. Ich wusste das, das wusste nicht. Ey, man kann ja nicht mehr sagen. Moment, 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 Moment. Und. Oh, scheiße. Wollte gerade so cool tun. Oh, boah. So schlecht. So, und da muss ich einfach jetzt hin. Das Handling ist voll scheiße, finde ich. Ja, das ist das Wagen. Das Wagen. Das Wagen. Das ist das Wagen. Nö, nö, nö. So, so, jetzt, jetzt. Hä, ich kann gar keine Kleidung kaufen. Ja, erstmal, erstmal muss ich, glaube ich, Alter. Boah, du fette Sau, ey. Boah, bin ich sexy. Das bin ich in weiß. Äh, in Schwarz. Guck mal, ich geh, soll ich mal kacken gehen? Boah. Ey, mach keine Scheiße. Da hab ich den Neger abgeseilt. Ey, ich will auch Kleidung kaufen. Ja, Mann. Aber ich kann nicht. Du hast auch keine andere. Doch, ich such grad aus. Mach mal hin, ey. Loser. Hä? So, unter Körper, was? Du siehst voll aus wie Milan. Dankeschön. Na, was? Was? Wo ist die Sprott? Ne, hier ist der Tresor. Ja, nicht ausrauben. Oh, Mann. Spielverderber. Machst du jetzt mal? Ja, Mann. Das dauert halt ein bisschen. Ja, Kokos 100 am Arsch, ey. Mach hin, ey. Ich will schön, ich will schön sein. Ja, dann versuch's doch mal, ey. Mach, mach, mach. Boah. 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 Boah, du musst mich gleich sehen. Boah, ich seh so geil aus. Ja, toll. Auch noch ich seh nicht geil aus, ne? Komm, der Fette macht in der Zeit ein paar Übungen. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Ich stelle doch keine Frage, warum wir irgendwie Gefängniskleine haben. Guck mal, guck mal, guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, wie geil. Oh, Pimp, ey. Kann ich jetzt? Ich warte. Ich warte da draußen, ne? Okay, Oberkörper. Hä? Ne, ne. Unterkörper, hier, Oberkörper. Unterhemd. Nein! Das ist immer das Kacau. Oh, oh. Was? Hast du schon wieder am Fight angefangen? Randal! Oh, oh. So, ich weiß, was ich nehme. Der schlägt mich. Ach, Mann. Oberhemd. Genau, nehm mal Hemd hier. Voll das geile Dings. Nehm mal das typische Dial-Teil hier. Bestrahlen. Was gibt's denn noch? Uni. Ja, nehm mal das. Ist gekauft. So, gekauft. Unterkörper. Nehme geile Hosen. Brauch mal. Nehm, nehm die Teckenhose. Die sieht besser aus als die andere. Ich wollte aber die Koloniehose nehmen. Ja, dann nehm die Koloniehose. Schreib mich nicht an. Ja, mach ich nicht. Ey, Nick, hast du den Safe aufgemacht? Nein. Warum ist der offen? Du hast den offen. Nein. Okay, das war's. Ähm. Auswahl. Fortsetzen. Okay. Was? Es gab nichts in meiner Größe. Willst du fahren oder ich? Ich. Nick. Ja. Bei der Verfolgungsjagd darf ich fahren. Ja, ja. Du hast schon erfahren. In der alten Spiel. In der alten Spiel. Das war eh. aber muss ich hin? Ja, gar nicht. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Ja, mein Fahrzeug ist echt nicht. Ja, äh. Ich kann gut fahren, ja. Hallo, Mann. Soll ich schlagen? Soll ich den schlagen? Ja, nein. Soll ich den schlagen? Ich bin nicht. nicht oh nein bitte nicht ja ja voll das wird jetzt geil das wird jetzt geil ne hast du die Uncut oder die Cut-Person du hast die Cut-Person ne glaub ja weiß ich nicht gleich musst du ab achten wenn da so ein schwarzer Bildschirm kommt voll geil das war die geile Mucke ne ja also all die Fresse missgesteuert ey guck mal guck mal oh bebe nur Verzeihung sei böse Dinge passiert oh ja so Nick mach dich bereit gut We'll be allowed back in the courtroom and we'll find out, once and for all, if Mr. Gat will go home, a happy man or a dead one. Back to you, Jack. Haha, wie der Guck. Äh, häh, häh, uch. Okay, nee, gleich kommt die Huren-Sinn und geiten uns an. Ja, ich bewundere mich erst mal. Nee, nee, Stuhl! Das Erste, was ich mache, ich schreibe nur nach. Ich hab die Kraft. Boah, fette Sau. Oh, ey. Wurde missgesteuert. Alter, ich will keine Nachricht schreiben, Mann. Jawohl, die Moves sind hier geil, ne? Die Finishers. Ja, ich werde nur gerade den Volk vermögen. Du Hurensohn, du. Oh, sorry. Ja, danke. Fick dich, du scheiß Hurensohn. Ach, der Geil, geiles Wort. Nicht die Nutten, ne? Nein, bloß nicht. Nicht am Basis. Jetzt, Bechteisen. Jawohl. Was hab ich? Ah, ja, ah, Schlagstock. Ja. Schlagstock find ich aber... Ich will nicht den Schlagstock. Anni, wir müssen losweilen. Die Verhandlung ist in vier Minuten vorbei. Los geht's. Ich wahre. Du fährst. In der Karre. Komm. Und verfolgen noch Gegner im Nächten. Sieh das rote? Ja, ja. Das bedeutet, dass uns Gegner verfolgen. Ich kann die nicht abknallen, ne? Knallt die besser nicht ab, okay? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ja, ich auch. Ja, fahr noch komischer. Komischer. Das ist aber falsche Straßenseite. Ja, aber... Ja! Ja, wir haben noch Zeit, wir können auch Burger King anhalten. Oh, fuck. Oh, okay. McDonalds. Oh, du Hornstung, Mann. Was passiert? Das Auto, Mann, Alter. Lass mich doch mal. Boah, gerade war bei mir irgendwie... Ich habe auch so ein bisschen das Spiel zugemacht. Ich habe auf die scheiß Windows-Taste gedrückt. Macht ja nix. Okay, Nick. Wollte eigentlich durch den Zaun, Moment. Ich fahr ganz nah ran, ist unser Fluchtwagen. Ups. Okay, Nick, go, 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 go. Niemand töten, Nick. Niemand töten, Nick. Tu die Waffe weg, tu die Waffe weg, tu die Waffe weg. Einfach jetzt, einfach mir folgen jetzt. Die rennt wohl schnell, die Binderten missgestützt. Jo, 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 jo. Ja, Coco aus, motherfucker. Nick, 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 Nick. Bin das Tüfe? Nick, meck die diese Fesse, meck die diese Fesse, okay? Das wird noch so geil, ne? 2.000 Volt Jetzt kommen wir, motherfucker Ja, da liegt er, ne? Ja, da bin ich! Ist er tot? Ey, die Sprinchen sind so geil Hey, das ist Johnny Ja, ich hab ihn frei Ich auch, also bei mir Are you ready to get out of here? Ne, guck mal, auf mein T-Shirt steht Brotherhood Das seh ich auch Ja, ja, entschuldige Okay Nick, let's go Wo müssen wir lang, da lang Okay, ganz vorsichtig Nick Ey, wo müssen wir lang? Raus einfach, ne? Ach so, da, wo wir hergekommen sind Ja, ich hab Waffen nicht ausgerüstet, ne? Ah, da sind die Polizeisen Ne, auch schon gemacht Ach ja, Kai Ja, wunderbar Von, hältst du meines Lebens Ah, wer hat da? Oh, du schluckte Der verschwindet auch Oh, das ist von unreal Ne, da hat jemand eine Pappgun Mann Und ich sterbe gleich Ja Ey, won't hit, ne, läuft Ne, glaub's, boah, lauf boah Ich hab Angst Ah, Hure Da ist eins Voll in die Eier gezählt Obwohl die Frauen keine Eier Ne, jetzt geh mal da rein Ne, hier rein Guck mal, ist das die alte Oma? Nein Da hinten, da hinten Ah, jetzt Hure Oh, Johnny, lass mich durch, Mann Jawohl, ich hab die Zivilisten töten Können wir jetzt raus? Ne, konzentriere dich, konzentriere dich Ok, wo ist der? Ah Oh, du Scheiße Komm, mach nach Mann Ey, warum haben wir jetzt zwei Verbündete in Singleplayer? Hatte ich nur Johnny dabei Keine Ahnung, weil das Korb ist Scheiß Korb, ey Oh, ne Ich nehm jetzt die Pappkern, ey Hurensöhne, 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 Mann ey So geht das Ne, gleich sonst fortanhalten Ja 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 Durch Donutschachtel kann man ja nicht schießen, ne Nö, warum auch, das ist doch voll hart Ach, Mann, ich will die Pappkern haben Ach, Mann, ich will die Pappkern haben Ah, Trotternein, Trotternein, Trotternein Ja 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 Ich laufe auch Kamikaze durch, Mann Ich auch Wenn du fertig bist, ne, gehen wir Wollen wir in die Säckchen Ne, komm hier runter Ja genau, hier unten, ne, da sind wir hergekommen Ich hol schon mal Fluchtwagen Ja Ich bin schon draußen Ja, ich bin schon draußen Polizei, Polizeiwagen nicht Ja, diesen schnell Ah, nein, nicht da rein, du fette Schwanz, Mann, schau, ey Okay, geh rein Fette, sauber sind Ja, der fette muss hin Ja, der fette muss hin, ne Ja, der fette muss nach vorne, ey Der fette muss nach vorne, ey I mean, got like tricky with me on death row And her being on the DL after faking her own death But, you know, we found the way to make the world How long were you in jail anyway? Two years and 31 days Now like you were counting, yeah, right? Okay, nicht die, gleich nicht die Aussage, äh, vergessen Sind die in der uns her? Ne, guck mal Ich knall die ab Mach das Wow, das ist voll schwer Okay, nicht mehr abknallen, nicht mehr abknallen, nicht mehr abknallen Fertig, nicht mehr abknallen, nicht mehr abknallen, nicht mehr abknallen Nein, wir werden nicht mehr gesund Wir werden nicht mehr gesucht, weil wir im, äh, Prey and Pan waren, oder Prey and, ja genau Ja, das ist voll unreal Ja, das ist genauso wie GTA Ja, 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 ja Das wird zwar durchgefahren Not the Rimjords can't fix Du kannst voll nicht fahren, ey Ich hör, ey Du kannst voll nicht fahren, dicker, ey Voll der Flair Ich slide hier voll Ja, nicht so wie Falle Fittes Schwein Nein, äh, hier, Valentin ist der Dicke, ne nicht Valentin Erik ist der Dicke, ne Haha, ist der tot, guck mal, der ist tot Warte, oh man, ich wollte den Alten abknallen Nein Hahaha Irgendwann, mein Ziel in diesem Spiel, alt, irgendwann, alt, Mann Okay, geschafft Yeah, 500 Cash auf die Hand Wuhuuu Jawoll Wir haben jetzt ein, äh, versteckt, Nick Dumme Ziel Wörtlich dumme Ziel, okay Sollen wir da auch mal Okay, Nick Nick Ja? Jetzt kommt das Scheiße Komm mal, komm mal mit hier in diesen Teil, ne Warte das Erhöhe deine Respektanzeige, um diesen Auftakt spielen zu können Oh ja, müssen wir, Leute, was, wen müssen wir töten? Wir müssen niemanden töten Komm mit Wir müssen jetzt Minispiele spielen, komm mit Oh ja Nein, die Minispiele sind geil, ich such mal Ich such mal das Einfachste was, ne Okay, warte Ich komm rein Oder lass mal erstmal Fight Club gehen Okay Da gewinnen wir Da such ich mal auch für Karte, ne Ja, Probenspieler hat das Spiel angehalten, drücke Nee, egal Drück ich nicht Nee, wie geht nochmal die Karte auf, achso, so Ja, du bist ein Vogel, du Guckst du die Karte? Du guckst gar nicht, so sitzt da Das ist voll unreal Ey, ich schwöre, ich weiß nicht mehr, wo der Stadion war Warum spielen wir das Scheißspiel im Kur Hahaha Boah, hab ich mir erschrocken Boah, hab ich mir erschrocken Ey, ich weiß nicht mehr Irgendwo hier in der Mitte muss das sein Ach, ich wohne so und da ist das glaube ich Ich wohne so und ja Ich geb dir gleich Ach, das Auto ist so lang Ach, guck mal, das sind diese typischen Autodinger da oben Haha, diese Windkarbe Hallo, 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 ja Lass mal hupen Wie geht das? Wetter Ich kann das nicht Toll Klar Ich kann das nicht Das ist nur ein bisschen leise Moment Ich hörste auch Wo gehst du hin? Äh, Autoclown Ja, toll Okay, ich fahr in dem anderen, ja? Ja komm, lass mal machen, komm Ach, das geht, das ist ja geil Ey, jetzt mach, ich folg dir Scheiße, warte Ich hab einen Crash gemacht Ey, geil, selbst wenn wir auf weitere ähm Distanz Distanz Ey, das ist so geil Bei GTA kann man das nicht? So äußerst geil Da gibt's so eine scheiß Blitzkacke da Ja, das ist so extrem geil, man Ich lieb das, ey Also, das ist ein Kaufgrund wieder, weißt du Okay Das Spiel hat ja gar nichts gekostet Das waren 10 Mäuse oder so Was heißt Mäuse, wo sind wir hier? Okay, wir sind doch falsch Ähm, Moment Ah, das ist ein alter Mann Boah, irgendwann, ey, irgendwann Ey, was ist da hinten? Da ist irgendwas, guck mal Oh Da ist irgendwas so, was blinkt Und das ist neben der Frau Da, wo ich jetzt hinfahre, da Was ist das? Moment, ich such grad noch Ach, das hier, das ist so ein Autoreparaturladen Ey, schnell Wie nennt man heutzutage Werkstatt? Ey, der hat ein Ninja-Schwert Ne, nicht angreifen Ne, nicht angreifen Das sind, das sind, äh Ronins oder Rohan Oder keine Ahnung Wie die wohnen sind Nein Komm, Nick Ich bin Wir greifen mich an Ja, ich hab doch gesagt, nicht angreifen Oh toll, Nick Jetzt, guck mal die gelbe Anzeige Oh, jetzt verfolgen die uns Oh, ne Oh, ich lass dich alleine, nö Alter Das ist kein Ninja Oh, toll, jetzt Alter, Polizei Ja, hm Oh, voll der Flair Oh, Nick, ey Jetzt werden wir verfolgen Oh, schade Mein Auto fährt nicht mehr Mein Auto fährt nicht mehr Oh, ich will nicht schon diese Autorensunde Oh, Mann Mach nicht Pause Lass dir gleich aus, ey Lass dir gleich aus, ey Lass dir gleich aus, aus, aus Oh, Albert Ey, schwer, wenn das jetzt nicht so wehsinnig wäre, ne Habe ich keine Ahnung, wie man hier Respekt verdient, ganz ehrlich Soll ich Leute töten? Nein, dass du Leute töten ging, ist kein Respekt Doch, von den Angehörigen Geht ein O, oh Mann Bist du, ey Süll U, Höndes Guck doch auf eine Karte Du bist auch so dünnes Weiße Da bist du ος Nö, ich kann ganz nicht fahren Mein Auto ist halt, äh, kaputt Bisher ist keiner dabei, egal Oh Oh Mann, das habe ich wohl nicht gesehen Man knallt hier gegen Bürgersteigen, mäm Ja, ja, der ist typischer Saint-Saw-Bard. Oh, 14 Kacke hier. Ach, geil. Ach, geil. Wir haben andere Missionen. Was ist das für eine Mission?